Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Mit brisanten News beginnen wir direkt dieses Video. Wie, wo? Also die Wirtschaftswoche hat vor einigen Wochen bereits am Ende Januar darüber berichtet. Ich habe den Artikel aber jetzt erst gefunden und möchte da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich Lindner gerade aktuell plant. Wie soll die Zukunft Deutschlands aussehen? Und das ist ein sogenannter Fünf-Punkte-Plan. Lindner will Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken, heißt es hier. Und wir haben ja wirklich zahlreiche Probleme in Deutschland. Also man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man da anfangen soll. Aber sinnvoll ist es meiner Meinung nach natürlich, dass man irgendwo anfängt. Ob und wie das jetzt sinnvoll ist, was der Lindner hier vorstellt, das wage ich mal ganz, ganz nett zu bezweifeln. Aber wir gehen auf die Punkte mal ein. Wir sehen dann nämlich hier der erste Punkt. Schnellere Genehmigungsverfahren. Um im Kampf um Talente zu bestehen, brauche es hierzulernen an erster Stelle schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und an der Stelle muss man grundlegend erstmal sagen, schnellere Genehmigungsverfahren hört sich für mich leider noch nicht perfekt nach weniger Bürokratie an, sondern dass da einfach ein bisschen schneller das Ganze durchgewunken wird nach dem Motto und in den Behörden gearbeitet wird. Ich würde mir hier ganz klar wünschen, dass es deutlich weniger Bürokratie gibt, dass man teilweise Sachen erst gar nicht so beantragen muss oder sonst was, dass man es einfach auf einem kurzen Dienstweg, wie man so schön sagt, viel einfacher durchbekommt. Aber warum sollte, und das ist ja immer die Frage, warum sollte unsere Politik das machen? Die Beamten sind doch eine sehr, sehr große Wählerschicht in Deutschland, auf die sie natürlich bei jeder Wahl plädieren. Und wenn sie denen dann auf Deutsch gesagt die Butter vom Brot nehmen, kann das natürlich massive Folgen haben. Deswegen wird das nicht kommen. Der zweite Punkt ist ja aktuell auch in aller Munde, die Einwanderung. Und dann heißt es, in Deutschland fehlen längst nicht mehr nur gut ausgebildete Fachkräfte, sondern auch Hilfskräfte. Rund zwei Millionen Stellen sind derzeit unbesetzt. Um mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland für Deutschland zu gewinnen, fordert Lindner schon länger ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und so weiter. Und an Lächerlichkeit ist dieser Punkt nicht zu übertreffen, meiner Meinung nach. Wir haben hunderttausende Menschen, die in dieses Land hier reingekommen sind, aber keiner Arbeitsbeschäftigung nachkommen. Warum wird man denn diese jetzt nicht hier ordentlich ausbilden, respektive, wenn sie kein Interesse daran haben, als Hilfskräfte einstellen? Warum? Weil sie das nicht müssen. Und das ist genau das grundlegende Problem. Und das hat nichts mit rechtsradikal, linksradikal oder sonst irgendwie irgendwas in der Richtung zu tun. Das ist eine klare, sachliche Feststellung, die ich hier gerade mache. Aber man wird natürlich ganz schnell, wenn man so etwas sagt, in eine gewisse Ecke gestellt. Und zugleich muss man ja auch noch sagen, welche gut ausgebildeten Fachkräfte möchten denn freiwillig nach Deutschland kommen? Herr Lindner war ja gerade vor ein paar Wochen auch in Ghana unterwegs, war da an der Universität und hat da eine Rede gehalten und Deutschland so ein bisschen repräsentiert und vorgestellt. Und wie hier es in der Zeitung dann heißt, Finanzminister Lindner fragt Studenten in Ghana, wer nach Deutschland will. Niemand meldet sich. Und das ist die Realität, Leute. Warum sollte man denn nach Deutschland auswandern? Wegen dem schlechten Wetter. Ich gucke gerade raus, ist grausig da draußen. Ganz schlimm. Das ist für die meisten, würde ich behaupten, kein sonderlicher Auswanderungsgrund in den Regen auszuwandern. Genauso, warum sollte man nach Deutschland auswandern, wenn man dort exabitant hohe Steuern hat? Wenn man dort arbeiten geht, einfach komplett vom Staat über den Tisch gezogen wird. Wenn man komplett benachteiligt wird, wenn man hier fleißig ist, wenn man mehr arbeitet und dann mehr Steuern bezahlen muss. Das ist das falsche Anreizsystem. Wo ich dem Herrn Lindner wieder zustimmen muss, ist der Punkt 3, die rationale Energiepolitik. Und Zitat von ihm, Energiepolitik muss nicht auf dem Parteifahrtag funktionieren. Energiepolitik muss in der Physik funktionieren. Und bis mindestens Anfang der 2040er Jahre muss das Ganze auch mit Gas und Öl stattfinden. Und da muss ich wirklich recht geben, das ist eine sinnvolle Aussage, die hier getätigt wird. Ich würde das Ganze aber auch gar nicht bis 2040 begrenzen. Warum denn? Wir haben doch beispielsweise auch Atomkraft, die als grüne Energie von der EU eingestuft wurde. Warum wird dann immer so ein großer Bogen in Deutschland jetzt darum gemacht? Das ist doch fatal und eine absolute Frechheit für unsere aller Stromversorgung in Deutschland. Und da muss man sagen, bei Punkt 4, dem Steuerrecht, so ist das Ganze betitelt, ist der Christian Lindner ein Realist. Denn hier im Kampf gegen Steuererhöhungen steht Lindner zunehmend allein da. Es wird einsam um mich. Und es geht wirklich speziell darum, dass ja hier immer wieder häufiger von SPD, Grünen und Linken eine sogenannte Vermögenssteuer gefordert wird. Und das ist absolut das Schlimmste, was man in einem Land meiner Meinung nach machen kann. Wir haben ja schon eine Erbschaftsteuer, welche eine ganz große Frechheit darstellt. Und wenn man sich das dann hier anguckt, nicht damit Einzelne reicher werden, sagt er. Deswegen sollte man das Ganze nicht machen, sondern weil wir wissen, dass die Voraussetzungen für unseren Wohlstand starke Familienbetriebe sind. Und genau das ist es. Diese Vermögen, die im Papier existieren, die bestehen ja häufig in den Firmen und sorgen dafür, dass Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden, dass Innovation stattfindet, dass neue Technologien erfunden und gemacht werden, investiert wird. Und das würde man alles komplett absagen. Dann muss man sich natürlich als Politiker in Deutschland auch wieder für die USA stark machen. Und dann heißt es hier, kein Handelsstreit mit den USA und der sogenannte Inflation Reduction Act wird hier geplant mit 374 Milliarden US-Dollar, die dem Klimaschutz und Zerstärkung von Zukunftsbranchen zugute kommt. Und wie sieht denn die Realität aus? Die Realität sieht so aus, dass Firmen Deutschland verlassen. Das Firmen Deutschland verlassen, ganz einfach, weil es in Deutschland super unattraktiv geworden ist, weil die Energiekosten zu hoch sind, weil die Mitarbeiterkosten zu hoch sind, weil die Steuern einfach zu hoch sind, weil Deutschland einfach schlichtweg unattraktiv als Industriestandort geworden ist. Und jetzt könnt ihr aber zu den Punkten gerne eure Meinung unten reinschreiben. Kommen wir zu diesem wichtigen Thema, meine Freunde. Wir sehen das, als ich das Video jetzt hier gerade aufnehme, haben wir über eine halbe Million Unterzeichner bei der Petition von Frau Dr. Sagenknecht und der Frau Alice Schweitzer. Das ist wirklich Wahnsinn, wirklich ganz toll, weil man sich für Frieden meiner Meinung nach immer einsetzen sollte. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das, was ich befürchtet hatte, ist eingetreten. Dass nämlich jetzt Diffamierungen stattfinden, sei es egal, wer da jetzt mitmacht, dass teilweise die Leute schon wieder zurücktreten und dann doch nicht damit assoziiert werden wollen und so weiter und so fort. Also das Übliche, eigentlich das, was wir auch geahnt haben, findet jetzt statt, bevor überhaupt erstmal diese Kundgebung, die nächste Woche stattfinden soll, stattgefunden hat. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig, dass man nicht mal so etwas hier starten kann, wo eine halbe Million Menschen in Deutschland sagen, das ist eine gute Aktion, das ist toll. Die setzen sich für den Frieden, für die Gemeinsamkeit hin, einfach zu sagen, ja, da muss eine Diskussion stattfinden, weil ohne funktioniert es doch nicht. Aber dazu muss man sagen, auch kritisch bei der Frau Dr. Wagenknecht hier. So heißt es nämlich im Spiegel bereits vor einigen Tagen, Wagenknecht will AfD-Chef nicht auf der Demonstration. Und dann geht es nämlich speziell um den Tino Chrupalla, AfD-Vorsitzender, hat einen Aufruf gegen Waffenlieferung von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterzeichnet. Doch Wagenknecht will die Unterstützung des Rechtsaußen nicht, heißt es hier. Und das kann es doch nicht sein. Das ist doch der ganz falsche Weg, Frau Wagenknecht. Ich habe es so gefeiert. Ich habe es so toll gefunden. Ihr kennt mich. Ich empfehle nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt hier, geht da hin, unterzeichnet das. Ich setze bei meinen Zuschauern voraus, dass ihr alt, reif und intelligent genug zu sein scheint, für euch selber zu entscheiden. Da unterzeichne ich, mache ich mit oder nö, mache ich halt nicht. So und dementsprechend, weil das ist hier keine GZ. Ich setze euch nicht irgendwie was vor den Tisch und sage, das müsst ihr jetzt unbedingt machen. Aber diese Entwicklung von der Frau Wagenknecht, das finde ich so schade. Aber man muss ja natürlich auch bedenken, woher das einfach kommt. Sie ist natürlich komplett anders eingestellt, komplett links orientiert, die Dame. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das bewerte ich an der Stelle einfach gar nicht. Das ist eine reine Feststellung. Im Verhältnis zum Herrn Kruppalla ist das halt einfach die komplett andere Sichtweise. Aber selbst jetzt, bei solch einem Punkt, wo man sagt, ja, das sehe ich genauso, wie der Kruppalla hier sagt, ich habe diese Petition für den Frieden unterzeichnet. Im Einsatz für den Frieden sollten Parteigrenzen keine Barrieren sein. Und genau das ist der Punkt, den ich meine, den die Frau Wagenknecht hier offensichtlich nicht geschafft hat, für sich selber einzuhalten. Und das ist schade, weil sie diffamiert damit, meiner Meinung nach, zahlreiche Millionen Wähler in Deutschland, die die AfD gewählt haben. Und sie begründet das dann hier auch noch unten. Dann sagt sie nämlich im Spiegel, dieser Versuch, unsere Friedensinitiative zu diffamieren, ist leicht durchschaubar. Wir haben mit der Auswahl unserer ersten Unterzeichner deutlich gemacht, mit wem wir zusammenarbeiten und von wem wir uns Unterstützung erhoffen. Und von wem eben auch nicht. Und das finde ich wirklich unterste Schiene ganz, ganz traurig. Ja, und jetzt aktuell heißt es dann in der Presse, Wagenknecht sieht sich diffamiert. Halbe Millionen Unterschriften für die Petition heißt es hier. Und dann geht es hier speziell darum, nach ihrem Aufruf für die Friedensdemonstrationen fühlt sich Sarah Wagenknecht als rechtsoffen diffamiert. Rund 500.000 Menschen haben hier teilgenommen und so weiter und so fort. Und das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das heißt ja zu Deutsch, wenn hier rechtsoffen diffamiert bedeutet, dass die Leute, die rechts sind, nicht für Frieden sein dürfen. Habe ich das richtig verstanden? Sag mal, also dieses sowieso in eine Kategorie zu setzen, das ist rechts, das ist links und so weiter. Also wisst ihr, mittlerweile ist es doch auch so, dass es heißt, ja, der ist links, der ist gut. Der ist nicht rechts oder rechts wird gleichgesetzt mit rechtsextrem. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Weil man kann ja konservative Werte haben und sagen, ja, der ist rechts eingestellt, der ist links eingestellt. Sollen sie ja machen. Solange sie das nicht mit irgendwelchen, ja, radikalen oder sonstigen extremen Maßnahmen versuchen zu erreichen, dieses Ziel, ist das doch legitim. Ob er jemand Mitte, links oder rechts ist, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und toppen kann das eigentlich nur der Herr Johannes Warwick, so heißt der Kandidat. Der hat nämlich seine Unterschrift als einer der ersten Unterzeichner jetzt zurückgezogen. Das kannst du ja nicht mehr aushängen. Auf Twitter schrieb er dann hier, dass seiner Meinung nach die Abgrenzung zum rechten Spektrum nicht ausreichend sei. Zum einen seien auf der Liste der Unterzeichner zunehmend Personen dabei, mit denen ich nicht gemeinsam genannt werden möchte. Leute, 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 es ist unfassbar, diese Kontaktschuld, die ja dann direkt wieder greift. Was hier passiert, wenn man sich gemeinsam für den Frieden einsetzen möchte, dann muss man sogar noch gucken, wer da mitmachen möchte. Also, wir haben uns mittlerweile in eine Dekadenz entwickelt, die ist unfassbar und nicht produktiv. Dementsprechend schreibt mal eure Meinung jetzt gerne unten rein. Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne. Freut mich sehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke dafür, bis zum nächsten und ciao.